Ok, ich bin hartesiechtlich, ich mache noch eine verdammte Ich schicke weiter, ich möchte den blöden Für die Gäste angreifen Ah, das war dann zurück zur Einsatzzentrale Ich würde auch gerne mit sechs Mann angreifen Kaserne, das kostet mich das Truppgröße 2, 75, die kriege ich auch noch zusammen Schwarzmarkt So Kaserne, Offizierschule Truppgröße 2 So, da gehe ich mit voller Stärke rein Attacke So, ok Was? Fett Power Der hier Kriegt Kitanenrüstung Keine Unterstützung Dieses Er hier, geht auch nicht die Darn, oder so? Kann das sein? Ah, das ist schon ein Tartner, ist auch kein Sohn, oder? So Oh, ok Ah, brauche ich so einen Schutzsoldaten? Ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich weiss nicht. Wunder deine, why not? Jetzt ruft mich über den Sky, man. Ich glaub, ich schmille. Ich nehme mal Licht ab, weil es gerade doof ist. So, der Schattel gedrückt. Äh, Ledergewehr natürlich. Äh, Geländeranzug, let's go. Das Teil. Das ist ein guter Ledergewehr. E-Modifikation keine. Sieht gut aus. Okay. Ich sag, auf in den verdammten Scheiß-Alien-Schutzpunkt. Folge 1. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alien-Lager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Ach fuck, ich hab... Hab ich den Putzpunkt genommen? Ich hab ihn ausgetauscht, ne? Egal, dann knall ich den dann einfach ab. Oder doch. Ne. Hab ich nicht dabei. Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. So. So. Hauen wir ein paar Minen raus. Schauen wir, was die bringen. Alter, wie viel AP der jetzt einfach hat. Ich bin raus. Ich bin raus. Ja, geil. Mal, aber nochmal, da kommt ja schon ein Schiffchen vor. Da ging schon die Wien hoch, oder was? Nur direkt an Weggefragsort. Die schlägt. Alter, 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 alter. Okay. Das ist die Gesichter, nicht Aki. Oh, ja. Oh, ja. Hä? Was geht hier ab? Fade Posten unkonforten, oder was? Na ja, Hauptsache, die Typen was machen, ne? Ich will einen sauberen Crit drauf haben. Zack, unvernichtet. Alter. X-Ray ausgeschaltet. Das Ziel steht noch. Und du gehst jetzt bitte weg. Und du gehst ein Stück vor. Und du gehst jetzt ein Stück vor und haltest hier nochmal selbst. Alter, der hat auch nicht eingesteckt müssen direkt mal. Ich muss hier einfach auch andere schwere Alienmaschine rumlaufen. Ich gehe nach der Position. Ich gehe nach der Position. Auf der Bewegung. Bewege uns, bewege uns, bewege uns, bewege uns. Ja, einer fehlt noch. Oder? Natürlich. Äh, wieder. Oh, ich möchte hier hin. Sehr schön. Kack mir jetzt an. Befehl bestätigt. In Bewegung. Da sieht schon ziemlich beherbig aus. Das sieht schwer aus. Rücke aus. Der Heer hat glaube ich immer mehr Leberkunde als der Mech. Das ist ein arg verstörendes. Steh mal unterwegs. Ich fasse. Hier ist die Rückruf, das ist nicht ein Hafen. Schau! Los geht's! Schau! I'm rolling. Good to go. Okay. Habt ihr das gehört? Geh los. Na? Was lagern sie nur in diesen Tanks? Auf dem Weg. Jetzt sehe ich nicht was. Vosity, Feindkontakt. Jetzt geht sich Ultra los. Ich gehe nach der Position. Äh. Heading to that location. Äh. Äh. Ich mach mich los. Mafia ist ein bisschen sicherer. Und gut. Mach da hinten mal. Ne, ey, ist das Leben schwer. Streufeuer. Ich habe keine Munition mehr. Kann nicht angreifen. Ah fuck, wenn ich eine Granate habe. Ist nämlich hässlich. Oh, ich hab noch einen. Ich hab ja noch einen. Ah, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. die feiern. Mache mich auf den Weg. Lade meine Waffe nach. Na ja. Ist das leer. Oh, schön. Schöner Treffer, so Gott. Jetzt kommt er gerannt. Alles wieder im grünen Bereich. Nachgeladen. Oh, ich schiebe nicht, Alter. Hier, fang mal. Aberkart. Krass, cool. Oh, cool, Lacken, wir da sind. Hier, mit Lacken, wir da sind wieder cool. Ja, Leute, das war ja die erste Folge, im Angriff aufschütteln, bisher ist ganz gut. Ja, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.